Dvadeset i jedan. Einundzwanzig. Einundzwanzig. Časkanje dva. Smalltalk zwei. Smalltalk zwei. Odakle ste? Woher kommen sie? Woher kommen sie? Iz Basila. Aus Basel. Aus Basel. Basel je u Schvajcarskoj. Basel liegt in der Schweiz. Basel liegt in der Schweiz. Mogli vam predstaviti gospodina Millera? Darf ich Ihnen Herrn Müller vorstellen? Darf ich Ihnen Herrn Müller vorstellen? On je stranac. Er ist Ausländer. Er ist Ausländer. On govori više jezika. Er spricht mehrere sprachen. Er spricht mehrere sprachen. Da li ste prvi put ovde? Sind Sie zum ersten mal hier? Sind Sie zum ersten mal hier? Ne. Ja sam već bio ovde prošle godine. Ne. Ja sam već bila ovde prošle godine. Nein. Nein. Ich war schon letztes jahr hier. Nein. Ich war schon letztes jahr hier. Ali samo jednu sednicu. Aber nur eine Woche lang. Aber nur eine Woche lang. Kako vam se dopada ovde? Wie gefällt es Ihnen bei uns? Wie gefällt es Ihnen bei uns? Vrlo dobro. Ljudi su dragi. Sehr gut. Die Leute sind nett. Sehr gut. Die Leute sind nett. Und die Landschaft gefällt mir auch. Und die Landschaft gefällt mir auch. Was sind Sie von beruf? Was sind Sie von beruf? Ja sam prevodilac. Ich bin übersetzer. Ich bin übersetzer. Ja prevodim knjige. Ich übersetzer bücher. Ich übersetzer bücher. Jeste li sami ovde? Sind Sie allein hier? Sind Sie allein hier? Ne. Moja žena je također ovde. Ne. Moj muž je također ovde. Nein. Meine Frau, mein Mann, ist auch hier. Nein. Meine Frau, mein Mann, ist auch hier. A tamo su moe dvoe dece. Und dort sind meine beiden Kinder. Und dort sind meine beiden Kinder. Oh, du minha die Frau.